Ich arbeite neuerdings. Ich will auf die Schauspielschule gehen. Nasreddin geht es schon besser. Er kann sich Wörter merken. Im Ganzen glaube ich 33. Das sind die Schauspieler. Ich war wie eine Atombombe. So bin ich hochgegangen. In meinem Bauch sitzt ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge. Komm ganz ruhig. Ganz ruhig. Bitte geh nicht in die Luft. Das muss nicht sein. Das ist doch nicht nötig. Auf den Weg gehen. Prost, meine Tochter. Wir fangen jetzt alle Theater ab. Und wir finden den Schuft. Das schwöre ich dir. Also ein Schuft ist er nicht. Nein. Das ist er nicht. Nein, ich bin es nicht.